Sieben! LOL! Sieben, Junge! Oh mein Gott! Sieben! Oh! Was? Oh, lol, Junge! Oh, was? Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video und Freunde, heute eskaliert es einfach mal komplett, ihr seht es schon, ein Vierer Opening Battle mit insgesamt 6000 Gems pro Account, ultra krank. Wir haben die anderen drei dabei, was geht. Moin! Hallo, ich bin auch da! Der Lukas meinte, ich muss laut sein in dem Video, sonst wird er mit mir keins. Also, Leute, hallo. Das stimmt, Freunde. Wir erinnern uns nämlich an die Mego-Videos, wo Marvin einfach nie was gesagt hat. Wir sind ja aktuell auf vier frischen Accounts, ihr könnt ihr auch mal zeigen, Jungs. Noch gar kein einziger Brawl Stars, Leute. Wir werden heute gucken, wer hat am meisten Lack. Hier ist die Punkteskala nochmal eingeblendet. Für den seltenen gibt es quasi einen Punkt, bis hin zu den legendären Zehnpunkten. Wir testen, wer hat jetzt am meisten Lack, Leute. Lasst jetzt nochmal einen Like da. Ich würde sagen, wir haben hier insgesamt 24.000 Gems am Start. Deshalb auch 24.000 Likes auf dieses Video, Freunde. Alter, los geht's. Hier ist auf jeden Fall klasse. Das heutige Video wird übrigens unterstützt von Lootboy. Mein Partner Lootboy veranstaltet nächstes Wochenende am 20. und 21. März ein 1.000 Euro Brawl Stars Duo Showdown-Turnier, wo ihr alle mitmachen könnt. Auch ich werde mitspielen und andere YouTuber wie Pookie oder Clash Games, Leute. Ihr könnt euch einfach über diese Webseite anmelden. Seid einfach am 16.03. ab 18 Uhr hier und seid schnell, dass ihr euch eben alle anmelden könnt. 76 Teams können mitmachen. Das Ganze wird auch übrigens gelivestreamt auf dem Lootboy YouTube-Kanal. Im Livestream könnt ihr übrigens auch nochmal zwei Turnierplätze gewinnen, also schaltet dort auf jeden Fall ein. Ihr könnt auch insgesamt eine von acht Wildcards gewinnen in diesen Brawl Premium Lootpacks, Freunde, in der App. Und damit könnt ihr eben eine Teilnahmeschance gewinnen, wo ihr mit mir zusammen im Team oder mit anderen YouTubern im Team an dem Turnier teilnehmen könnt. Scrollt einfach ein bisschen nach unten und ihr werdet zum Brawl Premium Lootpack kommen. Das Ganze gibt es für Google Play oder iTunes. Ich habe mir jetzt zehnmal das Brawl Stars Premium Lootpack geholt. Und das Besondere ist, im 11. habe ich ein garantiertes Juwelenguthaben für Brawl Stars, Leute. Richtig krass. Ich würde sagen, wir öffnen einfach mal. Ich bin ultra gespannt, was wir eben ziehen werden. Let's go. Und let's go. Wir öffnen einfach mal. Und 170 Gems haben wir gezogen. Let's go, Alter. Richtig gut, Mann. Über den Code Brawl Stars 1337 schenkt euch der Lootball übrigens 10 Diamanten plus 2000 Lootcoins. Zum Einlösen einfach auf Einstellungen und Code einlösen. Oder wenn ihr iOS Nutzer seid, einfach über die Webseite. Holt euch auf jeden Fall unbedingt die App und checkt das Turnierab. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und natürlich nochmal vielen Dank für die Kooperation. Erste Vegabox, Freunde. Das Vierer Opening Battle startet in 3, 2, 1, go. Oh, mein Gott, Alter. Let's go. Vier verbleibende Gegenschwende. Zwei verbleibende. Komm, wir können ja alle Klazer nicht schicken. Warte, Hashtag Pukilost jetzt in die Kommentare, weil er Anita nicht abgeholt hat. Ja, das ist wirklich lost, Freunde. Okay, 3, 2, 1, go. Oh, der Boxer. Nein, ich hab Kevin, Alter. Ich hab die Super-Serie-ID, Jungs. Also, Junge, in diesem Video wird's einfach nur eskalierend, glaube ich. Also, ich bin echt gespannt, was heute passieren wird. Siehst du den legendären, Lukas? Warte, warte, Kevin. Ja, jeder glaubt, oder? Oh, komm, Lukas! Oh, mein Gott, Alter. Let's go. Richtig gut. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, Leute, dritte Megabox sind wir gerade am Start. Ich hoffe, ihr auch. So, ne, ich bin mal der 2. Ja, Kevin, los mal wieder an der Stelle. Und? Gönn. Und? Der Brawler, Kevin. Ich hab den Brakeeper gezogen. Nice, nice, Freunde. Auf jeden Fall die vierte Megabox, die kennen wir alle, das ist immer die Lehre. Und der nächste Brawler ist dann gleich? Ich hoffe, Rico, Freunde. Da hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Ich hoffe auch, Rico, Entschuldigung. Komm, 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 komm. Der erste Brawler ist? Alter, mach mal. Alter, Rieke. Nein, ja, nein. Aber nice, bei Marvin war es am wichtigsten, Freunde. Da hat es auch geklappt, perfekt. Hey, geil. Oh, Pipa. Nee, 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 noch nicht hier, noch nicht. Alter, ich hatte 28 Gems. Okay, nächste Box. Leute, Charlotte. Kevin A. Hallo. Leute, check gerne mal die Folgen der anderen ab. Ja, natürlich gut, wenn wir so. Da geht es auch richtig ab. Ja, genau, wir haben ja mal jede Folge gemacht. Lol, ich habe zwei neue Brawler in einer Box. Oh, mein Gott. Ja, Mann. Ich habe vier verbleibende, oh mein Gott. Oha, Leute. Sechs verbleibende Gegenstände. Oh mein Gott, komm, wir machen gleichzeitig. Oh, ich habe auch zwei Arten. Oh, Junge. Oh mein Gott, Digga. Okay, komm. Oh mein Gott, Leute, ich habe auch eine. Nein, ich habe zwei. Was? Was? Dreimal, Junge. Okay, das ist krank. Okay, warte, Marvin, lassen wir dann gleichzeitig drücken mit Kevin, okay? Okay, okay. Okay, drei, 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 zwei, eins, Kevin nicht, Kevin nicht, Kevin nicht, Kevin nicht, ich nicht. Oh, Kenny, okay. Erstmal jetzt zwei und dann jetzt alles. Ja, Junge, jetzt können wir alle gleichzeitig. Drei, zwei, eins, go. Oh, Frank, Junge, Alter. Einfach Marm und Fieber ziehen, Junge. Junge, ach du Heilige, Leute. Ja, das ist schon mal crazy, das ist schon mal crazy. Geil, Junge. Weiter geht's. Und sechs verbleibende, nice. Ey, ich hab' den. Und wir haben erste Brawler, Rico. Einfach mal Rico. Nice, nice, kann man sich gönnen. Bin mal gespannt, ich hab' keine Ahnung, wer jetzt grad vorne ist, vielleicht sogar ich am Sein. Ne, der Boxer ist auch hier. Also ich auf jeden Fall nicht. Ey, kann das sein, dass ich hab' vier? Ich hab' auch vier. Ich hab' sie, glaub' ich, deaktiviert, Alter, weil wir haben jetzt alle zwei Brawler. Sechs! Oh, krass, Mann, gönn dir. Schau' wir mal bei Kevin. Schau' wir mal, oder? Ne, ne, mach' mal, mach' mal. Soll ich nicht mehr warten, mach' mal? Oh, was? LoL! Oh, ein Kinder-Pinguiner zu gezogen. Alter, krank bin. Das ist heftig. Das ist heftig. Let's go. Mal schauen. Sechs verbleibende. Let's go. Alter, komm. Ich zieh gar nichts. Lukas. 3, 2, 1. Okay, warte, dann war ich auf Pukki. Sie bin! LoL! Schallern, schallern. Let's go, Alter. Ja, mal Leute. Weißen Sie reden. Ja, gut, ich hab' aber die Supercell ID. Nice. Ja, krass, Digga. Komm, wir schauen auch noch mal. Na, fünf. Okay, Marvin, dann gönnt ihr mal deine Border. Oh, mach' mal, ich hab' gerade so viel geöffnet. Wie viele Gems habt ihr noch? 5.000. Ich hab' sechs. Ja, ich bin unter fünf. Ich hab' 4.300. Ja, ich muss kurz einmal kurz nicht in dieser Story. Junge, Pukki, was machst du denn da? Warten oder soll ich öffnen? Ja, Pukki muss ein bisschen warten, ne? Aber Kevin, okay, und? Oh, die Boxerin. Ja. Sieh, Ben, Junge! Oh mein Gott! Warte, 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 warte. Ich hab' sechs verbleiben, da hab' ich. Alter, Junge, okay. Wartet noch, wartet. Ich wär' auch. Nein, ich hab' auch zu den gedrückt. Oh mein Gott. Komm, ich drück' auch mal den ersten Mal. 3, 2, 1. Oh, die Boxerin. Okay. Warte, jetzt können wir mit Pukki wieder drücken. Ja. 3, 2, 1. Abfahrt! Und es ist ein... Oh! Was? Oh, lol, Junge! Alter, was? Was, Alter? Oh mein Gott, Digga, einfach mal Leo, Digga, was? Einfach mal Leo. Junge, krank, Alter. Kauft den Merch, ach so. Ja. Oh mein Gott. Auf der Merch.de, Freunde. Alter, guck euch diesen schönen Brawler an. Warte, ich geh mal ein bisschen weiter, dass mir den ganzen... Hä? Das ist geil, ich komm' wieder mal hier. Pokémon, mal ne Pose neben denen. Warte, 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 jetzt Screenshot. Oh, ich hab' neun. Boom. Okay. Kevin, gönn dir mal, würde ich sagen. Let's go. Ich boxe den Leon, alles Screenshot. Oh, ich zieh mich selber. Ja, nice, sehr nice. Alter, wie geil. Jungs, ich hab' euch alle Hops genommen. Legendärer Brawler. Oh, ich hab' sechs. Ist da noch jemand sechs? Nee, noch nicht, aber... Kann sein, dass... Sie win! Was? Junge! Oh mein Gott! Junge, das ist das dritte Mal, dass ich zwei Brawl aus einer Megabox ziehe. Alter. Das ist so krank. Ich hab' auch sechs nochmal. Oh mein Gott, Tigger, das ist komplett krank. Das ist komplett krank. Okay. Gib schon mal Form, bitte. Ja, Mann. Kevin, du auch. Lukas, öffne die nächste Kiste, vielleicht kriegst du auch noch einen Brawl. Komm, ich mach' nochmal die nächste. Oh, das ist richtig heftig gerade. Ja! Sechs verleihen wir. Oh mein Gott. Let's go. Und der erste Brawler ist einfach mal Penny. Okay, jetzt in 3, 2, 1. 1 und... Ohhhh! FIFA! Was? Lol. Einfach? Digga. Junge, ich zieh euch wieder anders ab in dem Open. Ja, das ist krass, Junge. Junge, das ist einfach nur heftig gerade. Ey, der erste Brawler ist einfach Mariko, Jungs. Digga, ich hab' gerade mal 2.000 Gems ausgegeben, hab' schon Leon. Sechs von Meister. Sechs. Ich auch, warte kurz bei eins. Ja. Hab' auch sechs. Warte, Puki hat auch ein, Junge. Oh mein Gott. 3, 2, 1, Abfahrt, Jungs. Ohhhh! Ja, Mann. Genie. Nice. Das ist so bunt hier auf den ganzen Screens. Ich hab' den auch. 4.800. Hä? Hä? Ich hab' noch 4.500. Ja, Kevin. Mann, Mann, wir hier. Gönn. Ich bin, glaub' ich, zu süchtig. Kevin muss jetzt auch noch mal 7 verbleibende hier ziehen. Ja, ich auch. Ich hab' dich auch noch nicht. Aber ich hatte schon zwei Brawler warten. Ja, ne, das auch, Kevin. Du bist eh soweit. Oh, die Biene! Alter, heftig, Mann. Okay. So, ich warte ein bisschen. Ich lass' euch mal ein bisschen. Ja, genau. Hätte ich auch gesagt. Wenn man mal alles zusammenrechnet. 6 x 6 und 24. Wir haben jetzt 24.000 Gems in der Folge. Und dann machen wir vier Folgen, Alter. Das sind 96.000 Gems. Das ist richtig krank, Alter. Also schaut auf jeden Fall die anderen Folgen auch an. Alle verlinkt, habe ich gehört. Okay. Sechs verbleibende, let's go. Okay, nice. Oh, mein Gott. 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 Ja, das wär' richtig krass, Alter. Habt ihr eigentlich 7 im Angen gestaltet? Nee, die Jungs nicht. Du schon, warst? Ich bin auch da. Okay. Bei mir könnte er gerade nicht so. Wollen wir sagen, ob er kommt, wir warten, wir warten, wir warten. Achso. Ja, was sollen wir machen? Ich weiß nicht. Das ist gar nichts mehr, Jungs. Lukas, deine Folge, was sollen wir machen? Ja, ich würde sagen, noch eine Box öffne ich, wenn nicht, dann... Ja, okay, öffnet, öffnet. Okay, 3, 2, 1, let's go. Oh, mein. Lol, Alter. Ich hab' level. Okay, krass. Ich hab' schon 2 im inzwischen jetzt. Hat noch jemand 2? Nee. Nee, aber ich hab' ne Legende. Sechs verbleibende. Nice. Let's go. Okay. Dann warte ich auch nochmal, glaub ich, ein bisschen. Was ist, wenn ich jetzt ne Big Box öffne? Ist das verboten? Ja, das verboten. Achso. Okay, Leute, Alter, ich bin so gespannt, ne? Ja. Ja, Lukas, ich glaub' du musst alleine öffnen, sowieso. Ja, ich glaub' aber auch grade. Wart noch kurz, wart noch, einmal, einmal, einmal. Eine Box noch. Okay, eine Box noch. Oh, okay. Oh, okay. Ey, wie viele Gems habt ihr noch? Äh, 2.000. Würde ich sagen, 3, 2, 1. Oh, was? Let's go! Alter, auch Mr. P. Das ist natürlich crazy, Junge. Franky, Junge, Franky. Mit dem dicken Hammer. Ich hab' noch so 3.000, glaub' ich, oder so. Mach' mal schneller, ich bin unter 2, gleich. Was? Oh, sechs verbleibende, let's go. Richtig, auch wieder was Neues. Richtig krass, Mann. So, noch ein legendärer hab' ich gehört. Äh, mit der Nase, das bringt Glück. 3, 2, 1. Und... LOL! Alter! Also, wir haben ja keinmal so viel Glück, alle. Ey, das ist richtig crazy, Mann. Das ballert, also das kann man schon machen, ne? Ja, Freunde, auf jeden Fall mindestens 24.000 Likes, hätte ich gesagt, ne? Das bietet 2 oder 3 Millionen Aufrufe. Das call' ich jetzt schon mal. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Ich sag' 10 Millionen. Du sag' jetzt 10 Millionen. Sechs verbleiben dann schon wieder. Alter, Junge. Zu krank. So, ich warte auf euch. Ja. Mann, wie der Funch. Ey, was ist los? Auf einmal gönnte ich noch nicht. Ja, komm, ich öffne. Öffne. Kompok. Die Kiegeleifenschlägerin. Da ist mein erster epischer, ey. Und schon zweimal. Wie viele Gems habt ihr noch? Ich hab' jetzt 1.800. Ich hab' noch 2.400. Ich hab' noch 800. Ich hab' noch 1.500. Ja, okay, Mann. Da musst du ein bisschen, äh, ein bisschen warten. Mach' einmal die Flossen jetzt ruhig. Du lässt dich mit der Boxer und machen wir ein bisschen schneller. Ey, bin ich der Einzige, der jetzt den Legenden gezogen hat. Oh mein Gott, noch mal 6. Ja, krass, bisher schon. Lol. Ja, let's go. Ich warte wieder. Vielleicht hat irgendwer von euch Glück. Nehmt 6. Ja, let's go. Oh, okay. Ja, öffnet ihr beide dann mal. Okay, gut. 3, 2, 1, go. Oh, die Kneippenschlägerin. Let's go. Okay, okay. Cracky Cracky. Uiuiui. Das ist zu schön. Uiuiui. Komm' mal 6. Lol. Ja, guck mal, bei mir gönnt er nur 5 die ganze Zeit. Marc, mach auch noch mal eine auf. Ich warte. Kevin, ich hab 800 Gems noch. Komm, Marc, mach jetzt. Los, eine aufheben. Kevin, warte kurz. Ich sag's dir. Warte, warte, warte. Ja, Marc. Oh, lol. War nicht schlecht. Okay, komm, Marvin Zero. So, jetzt Leon. Ey, Polki. Ja. Wenn ich jetzt Leon ziehe, krieg ich den 500 Euro von dir. Nein. Oh, mein Gott. Das laberst du. Das war so random. 500 Euro. 500 Euro. Ja, moin. Du kriegst 10 Euro. Okay, 3, 2, 1 und Können. Oh, die Mochi. Ja, okay. Aber auch zwei episch hier. Ich hätte die Bette eingehen sollen. Let's go. Okay, ja, ich bin bei 800 Gems. Äh, auch. O6 verbleibende. Pausen knapp. Ich auch. Oh, ne? Ich auch. Nein, ich hab gedrückt. Oh mein Gott. Oh, Mann. Alle Lost in die Kommentare an der Stelle. Lukas Lost, Alter. Das war Lost, Alter. Das war Lost, Alter. Kann man sich gönnen in die Biene hier auf ihre. Das Ding ist, ich zieh eh keine 6. Ihr könnt eigentlich schon starten, wenn ihr wollt. Ja, komm, drückt einfach mal, hätte ich es gesagt. Okay, 3, 2, 1, Abfahrt, Kneipenschläge. Oh, was? Spiky Ball. Oh, mein Gott, was? Ich esse hier gerade noch ein Zielspiel, Alter. Beste Liebe, beste Liebe. Was geht denn eigentlich ab? Ich habe nicht ausgerastet. Okay, warte mal. Leute, wir treffen uns bei der letzten Mega-Box, okay? Das Ding ist, ich habe meine letzte schon geöffnet. Eh nicht. Doch. Okay, lost. Du, Pookie lost in die Kommentare, aber egal, da war eh nichts drin. Kevin, kannst du mal jetzt durchdrücken und gucken? Hä? Ich tanze mit Spike, siehst du doch, mit Spieke. Ei, ei, ei. Was ist da wieder am Abgehen hier, Freunde? Auf jeden Fall sind meine Jams jetzt auch weg, Freunde. Ja, hab noch was. Lol. Ich auch. Was? Neu? Ne. Ja, Kevin. Oh, Keeper. Wir können ja schon mal in die Brawler gehen, ne? Also, gucken, ich habe 14 Brawler gezogen. Ich 15. Ich habe auch 15. Ich hab ihr. Dann lass mal kurz zusammenrechnen und gucken, wer gewonnen hat. Ich 47. Ich hab 38 Punkte. Brawler, ich hab mal deine Brawler. Ja, ich hab 31 Punkte. Ja, Kevin hat gewonnen. Der hat so hat auch gewonnen. Zweiter ist Pookie. Dritter ist Brolly und ich bin letzter. Aber ich hab krassere Kisten gehabt. Ja, stimmt. Zweimal, man hat es zweimal sieben verbleibende, ne? Zweimal sieben und einmal eine Sechser-Box mit zwei. Auf jeden Fall, Freunde, komplett eskaliert. Ich würde sagen, unbedingt nochmal ein Like da lassen. Kevin hat hier die ganze Folge gewonnen. Aber auch Pookie hatte Leon, Marvin hatte zweimal sieben und einmal sechs mit zwei Brawlern. Bei mir gab es auch einmal sieben. Auf jeden Fall richtig krass. Das war es dann mit diesem Video. Checkt unbedingt die Videos von den anderen noch ab. Und dann würde ich sagen, ciao. 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 Ciao.